Du stehst hier an der Promenade, es kommen Leute rauf und runter. Ja, 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 ihr Vögel. Lara, Lara, Lara! Mädels, das sind eure 1000 Euro. Das sind die nächsten 1000 Euro und wie geil ist das denn? Wir haben schon einige Kunden glücklich gemacht und wie man hört und sieht, auf Mallorca ist einfach Stimmung. Ich muss ein bisschen lauter werden, weil das ist geil. Du stehst hier an der Promenade, es kommen Leute rauf und runter. Ja, 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 ihr Vögel. Nein, Ecke, Hüftgold und Mannschaft, was ist das denn? Wie geil, wir machen den Check24 App-Check. 1000 Euro kann man bei uns gewinnen, wenn man auf die Torbahn schießt. Okay, warte nochmal. Also ich muss auf das Tor schießen, dick 1000 Euro und dein Tor, dein Mikrofon, dein Job. Hast du im besten Fall die Check24 App auf dem Handy? Scheiße, wo ist mein Handy? Ecke hat die Checkup auf dem Handy, einmal an die Kamera gedreht. Wie geil ist das denn? Wir sind hier auf Mallorca, wir haben das Torbahn schießen Check24 und Ecke, Hüftgold, crash einfach die Szene und tritt selber an. Und du hast schon gesagt, unter dem Motto ist ein Lied drin. Mach ihn rein, das ist ein Slogan. Glaub dir eins, was ich hier schon versenkt habe auf Mallorca, in jeder Hinsicht. Ja, dann lass mich mal direkt sagen, mach ihn rein, wenn du sagst, da ist ein Song drin. Ich wüsste, wo du den performen könntest. In Check24 Studio. Hab ich jetzt Auftrag, einen Song zu schreiben für Check24? Ey, aber sowas von. Mach ihn rein, mach ihn rein. Nimm dein schönstes Körper teil. Oder so ähnlich könnte er klingen. Geil. Mach ich auch. Also, bevor Ecke antritt, haben wir schon den Song eingetitelt. Wie geil ist das denn? Wir haben Zeugen. Dann krieg ich noch die Torbahn, hätt ich da noch. Die Torbahn? Aber das wird schwierig. Das wird schwierig, die brauchen wir noch. Leute, warte. Wie ist die Stimmung für Ecke? Hüftgold. Erster Schuss. Das war so knapp. Ja, das haben wir auf Tape. Wohren hat es gelegen, erster Schuss und nochmal. Das Tor hat falsch gestanden. Zwei Meter rüber links, dann wäre er drin gewesen. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Und das in vier Stunden. Da ist das Bier, da ist der Kopf. Ja! Kann es besser laufen. Ecke Hüftgold. Crash die Szene. Holt 1000 Euro. Beim ersten Mal, nee, aber völlig egal. Ecke, deine 1000 Euro. Und. Sorry, da fehlt noch ein ganz entscheidendes Detail. Leute, ganz kurz einmal. Ey, vielen Dank. Das Wichtigste für uns. Wie geil ist das? Ich freue mich auf die Performance im Studio. Aber das Wichtigste. Ecke Hüftgold ist nichts ohne ein Check24-Handtuch. Leute, wo seid ihr? Alter, wie geil ist das denn? Was machst du jetzt hier mit den Fluppen hier? Ja, ich glaube, die Leute wissen das. Wollt ihr einen Song fern? Ecke Hüftgold hat unser Set gecrasht. Und wir haben einen Song eingetütet. Er hat 1000 Euro kassiert. Die werden da jetzt verfeiert. Ich schließe mich da sehr gerne an. Leute, App runterladen, es lohnt sich. Ich bin raus, ich gehe feiern. Ihr wisst, was ihr zu machen habt. Ciao. Leute, geile Mädels, geile Jungs. Tag.